Lisa Windelband. Schon immer. Also wirklich schon immer, ja. Na, ich bin 22 und ungefähr genauso lange kletter ich auch. Ich heiße Fabian Bechtolz und komme aus Weilheim. Ich bin die Julia Petersen. Ich heiße rosa Windelband. Ich komme aus Dresden. Ich kletter schon immer. Genau, ich wurde immer mitgenommen. Ich kletter schon 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 immer mitgenommen.